Es ist der 10. Juni 2020, die Straßen in Berlin sind festlich geschmückt, die Schaufenster überall sind dekoriert und vor dem Brandenburger Tor wird eine große Party vorbereitet, wie jedes Jahr an diesem Tag. Denn an diesem Tag wird gefeiert, der Geburtstag eines Mannes, genauer gesagt der 44. Geburtstag. Ein Mann, der zusammen mit seiner Frau die Klatsch-Balten in den Zeitschriften füllt, die Boulevard-Sendungen im Fernsehen und auch in der Politik spielt der Mann immer wieder eine Rolle. Es geht um Georg Friedrich, Prinz von Preußen. Kaiser von Deutschland. Diesen Mann gibt es wirklich, aber er ist natürlich nicht Kaiser von Deutschland. Er ist in der Wirtschaft tätig und nebenbei Chef der Hohenzollern-Familie, also der einstigen Kaiserfamilie. Gäbe es in Deutschland heute noch einen Kaiser, dann wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit er. Und es gibt tatsächlich auch unter euch einige, die sich wieder einen Kaiser wünschen, unter meinem Video über die royale Familie in Großbritannien. Ich habe darüber ein Video gemacht, das ihr oben auf dem i findet. Haben einige von euch geschrieben, wir brauchen auch wieder einen Kaiser, es wäre gut, wenn wir wieder so jemanden hätten und so weiter und so fort. Aber die Frage ist natürlich, geht das überhaupt? Und wie wäre es denn gewesen, wenn wir heute noch einen Kaiser hätten? Wäre das wirklich so toll? Genau diese Fragen beantworte ich jetzt. Zuerst mal müssen wir mit einer schlechten Nachricht für alle Fans der Monarchie in Deutschland starten, denn es gibt ein großes Problem. Es könnte gar keinen Kaiser in Deutschland geben heute. Dafür sorgt Artikel 20 des Grundgesetzes. Dort heißt es unter anderem, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Verfassungsrechtler sagen, wegen dieses Artikels, wegen Artikel 20, kann es niemals in Deutschland den Schritt von einer parlamentarischen Demokratie, wie wir sie jetzt haben, hin zu einer parlamentarischen Monarchie geben. Wie es sie zum Beispiel in Großbritannien gibt. Dieser Artikel kann auch nicht einfach geändert werden, denn er ist geschützt durch die sogenannte Ewigkeitsklausel. Artikel 79 im Grundgesetz, dieser Artikel besagt sinngemäß, dass Artikel 1 bis 20 niemals geändert werden können. Vor 120 Jahren sah das aber in Deutschland, genauer gesagt im Deutschen Kaiserreich, noch ganz anders aus. Damals hatte der Adel das Sagen. Der König von Preußen und Kaiser von Deutschland, Wilhelm II., stand über allem. Er stand über der Politik, er stand über dem Militär, über der Wirtschaft, über der Wissenschaft. Alles unterstand dem Kaiser. Es gab zwar eine Entwicklung hin zu mehr Parlamentarismus, aber trotzdem war der Kaiser unangefochten an der Spitze. Und auch gesellschaftlich schauten alle zu ihm auf. Der Kaiser und seine Frau, Viktoria Auguste, waren die Stilikonen schlechthin. Männer ließen sich Bärte stehen, wie sie der Kaiser trug oder die Frauen kleideten sich so wie die Kaiserin oder sie versuchten es zumindest. Sie waren absolute Superstars, sie waren Vorbilder, sie waren diejenigen im Land, an denen sich die Menschen orientierten. Dann allerdings kam der Erste Weltkrieg und mit ihm wurde alles anders. Die Macht des Kaisers bröckelte. Plötzlich hatte das Militär, genauer gesagt die oberste Heeresleitung, das Sagen. Der Kaiser war, so mutmaß man heute, manisch depressiv. Er stellte sich immer mehr auf das Abstellgleis und schließlich musste er abdanken. Am 9. November 1918 erging ins Exil in die Niederlande, aus dem er nie wieder zurückkehrte und war dort so frustriert, dass er, sagt man, 13.000 Bäume innerhalb weniger Jahre zersägte. Und nicht nur der Kaiser musste gehen, der Adel wurde grundsätzlich entmachtet in Deutschland. Das Sagen hatten ab sofort demokratisch legitimierte Politiker. In der sogenannten Weimarer Republik. Dazu findet ihr ein Video, einfach oben auf das i klicken. Als dann 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, die Demokratie beseitigten, hatte der Kaiser Kurzhoffnung, dass er wieder zurückkehren dürfte. Aber die Nazis gaben ihm sehr schnell zu verstehen, nein, wir wollen kein Kaiser, bleib dort, wo du bist. 1941 starb Wilhelm II. dann schließlich im Exil. Tja, und auch heute, das wisst ihr natürlich, haben wir keinen Kaiser. Es gibt immer noch Adlige, die haben schicke Titel, haben vielleicht auch noch Geld, weil sie Ländereien und andere Dinge besitzen. Aber politisch haben sie nichts mehr zu sagen. Die Hohenzollern-Familie, also die einzige Kaiser-Familie, gibt es immer noch. Aber deren Chef hat überhaupt keinen Einfluss auf die Politik. Wäre er Kaiser, wäre das natürlich ein kleines bisschen anders. Und genau darum soll es jetzt auch gehen. Die Frage ist, hätte alles anders kommen können? Hätte es vielleicht doch 1918 einen anderen Weg gegeben, sodass wir heute noch einen Kaiser hätten? Wie hätte dieser Weg ausgesehen? Schauen wir uns das mal an. Im Geschichtsunterricht wird es gerne mal so vermittelt. 9. November 1918, der Kaiser wurde sozusagen abgedankt durch Prinz Max von Baden. Friedrich Ebert wurde Reichspräsident später, Demokratie kam und so weiter und so fort. Es hätte gar nicht anders laufen können. Es gab gar keinen anderen möglichen Weg. Das stimmt aber gar nicht. Fast wäre es ganz anders gekommen. Versetzen wir uns doch mal zurück in dieses Jahr 1918 und gehen in den Spätsommer. Dass der Krieg verloren ist, ist inzwischen in der Politik, auch beim Militär, im Adel relativ klar. Allerdings ist noch nicht klar, wie es mit dem Kaiser weitergeht. Er hat zwar kaum noch Einfluss, aber niemand traut sich so richtig, ihm das zu sagen. In genau diesem Zeitraum kommt es zu Geheimtreffen zwischen Prinz Max von Baden, Reichskanzler, sozusagen Vertreter des Kaisers, und Friedrich Ebert, Politiker der SPD und sozusagen Vertreter des Parlaments. Den beiden ist klar, Wilhelm II. muss weg. Es kann so nicht weitergehen. Und die beiden sind sich auch einig darin, dass es weiterhin einen Kaiser geben soll. Das ist interessant. Friedrich Ebert, der Demokrat schlechthin, späterer Reichspräsident, wollte den Kaiser erhalten. Und die beiden hatten auch eine Idee, wie das funktionieren könnte. Sie wollten Wilhelm II. dazu bringen, abzudanken. Und er sollte nicht sein Sohn Wilhelm, der ziemlich unbeliebt war, Kaiser werden, sondern sein Enkel. Dieser Enkel, auch Wilhelm, sollte allerdings dann erst mit Eintritt der Volljährigkeit richtig Kaiser sein. Das ging vorher auch gar nicht anders. Und bis dahin sollte Prinz Max von Baden, der Reichskanzler, die Geschäfte übernehmen als sogenannter Reichsverweser. Das heißt also, der Kaiser sollte erhalten bleiben und das System sollte umgebaut werden hin zu einer parlamentarischen Monarchie. Wie in Großbritannien. Das war die Idee von Friedrich Ebert. Er wollte unbedingt eine Demokratie. Prinz Max von Baden wollte die Monarchie erhalten. Und das wäre der Kompromiss gewesen. Die Voraussetzung dafür wäre allerdings gewesen, Wilhelm II. hätte freiwillig zurücktreten und die Macht an seinen Enkel abgeben müssen. Das sah Wilhelm II. aber überhaupt nicht ein. Und so kam es, wie es kommen musste. Es wurde immer enger für ihn. Und letztendlich gab es keine andere Wahl, weil die Situation sich so zugespitzt hatte, als das Prinz Max von Baden verkündete, der Kaiser hat abgedankt. Mit dem bekannten Ergebnis. Aber was wäre denn gewesen, wenn es dann doch anders gekommen wäre? Wenn der Enkel doch Kaiser geworden wäre? Da gibt es, finde ich, zwei mögliche Szenarien. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Es gibt ein eher positives und ein ziemlich negatives Szenario. Starten wir mal mit dem Positiven. Wilhelm II. tritt tatsächlich zurück und überlässt die Macht seinem Enkel, der dann Wilhelm III. wird. Prinz Max von Baden übernimmt erstmal die Geschäfte und hält sich an die Vereinbarung mit Friedrich Ebert. Gemeinsam bauen sie eine parlamentarische Monarchie nach britischem Vorbild auf. Das Zentrale dabei ist, der Kaiser ist eine Art Symbolfigur. Er hat nur noch symbolische Macht, kann allerdings, und das ist ganz wichtig, den Reichskanzler, den wichtigen politischen Mann im Staat, ernennen und entlassen. Und er kann den Reichstag auflösen. Das sind Befugnisse, die in der Realität der Reichspräsident hatte. Den gibt es in diesem Szenario aber nicht, sondern es gibt ein Gleichgewicht aus Kaiser und Kanzler, wobei der Kanzler natürlich das Sagen hat und auch kontrolliert wird von den anderen demokratischen Kräften. Jetzt nehmen wir mal an, der junge neue Kaiser Wilhelm III. ist überzeugt von diesem Modell. Bis zu seiner Volljährigkeit wird er unterrichtet von modernen demokratischen Vordenkern, die in ihm den Glauben an die Demokratie festigen. Diese Demokratie, sagt er, die möchte ich stützen und die möchte ich unterstützen. Als er 1930 an die Macht kommt, macht in Anführungszeichen, tut er auch alles, was in seiner Macht steht, um die Demokratie weiter nach vorne zu bringen. Er vereint die Konservativen und die alten Monarchisten mit den Demokraten und sorgt so dafür, dass radikalere Kräfte, die in der Gesellschaft aufkommen, keine Chance haben. Außerdem, und das ist entscheidend, schaffte es, die Wirtschaftskrise zu überstehen. Und zwar mit guten Verbindungen nach Großbritannien. Es gibt familiäre Bindungen zwischen den Hohenzollern und der Monarchenfamilie in Großbritannien, durch den Ersten Weltkrieg ein bisschen getrübt, jetzt aber wieder aufgebaut. Es gibt eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit, letztendlich auch mit den USA. Und es gibt ein starkes Bündnis westlicher Staaten gegen die kommunistische Sowjetunion, die natürlich im Osten trotz allem entsteht und immer mächtiger wird. Es kommt tatsächlich zu einem Kalten Krieg, allerdings erstens viel früher und zweitens ohne einen Zweiten Weltkrieg. Und das ist entscheidend. Millionen Menschen überleben. Es gibt keinen großen Krieg auf der gesamten Erde. Die Nationalsozialisten oder auch andere radikale Kräfte in der Gesellschaft haben überhaupt keine Chance. Die Demokratie wird über die Jahrzehnte hinweg immer weiter gefestigt. Als 1940 Wilhelm III. ziemlich früh stirbt, übernimmt dessen Bruder Louis Ferdinand das Ruder als Kaiser und bleibt bis zu seinem Tod 1994 Kaiser von Deutschland. Bis heute haben wir einen Monarchen an der Spitze unseres Landes, allerdings symbolisch. Es gibt keinen Bundespräsidenten, sondern es gibt eben einen deutschen Kaiser. Und dieser Kaiser hat überhaupt keine politische Macht auf dem Papier schon. In der Realität übt er sie nicht aus, sondern repräsentative Funktionen. Er bereist andere Länder, veranstaltet Wohltätigkeitsevents und macht andere Dinge übernimmt Patenschaften und ist sozusagen die moralische Stütze der Gesellschaft. Georg Friedrich von Preußen, über den ich vorhin gesprochen hatte, Georg Friedrich Prinz von Preußen, genauer gesagt, ist heute unser Kaiser und ist gesellschaftlich akzeptiert. Auch wenn die Steuerausgaben für den ganzen Hofstaat doch so hoch sind, dass immer wieder darüber diskutiert wird, brauchen wir wirklich einen Kaiser oder nicht. Aber letztendlich sagen dann doch die meisten, ja, ist schon ganz okay. Das wäre Szenario Nummer 1, zugegebenermaßen sehr optimistisch, sehr positiv. Es könnte aber auch zu Szenario Nummer 2 kommen. Springen wir noch einmal ins Jahr 1918, das entscheidende Jahr. Der Plan von Friedrich Ebert und Prinz Max von Baden wird in die Tat umgesetzt. Wilhelm II. tritt zurück, Wilhelm III. übernimmt die Macht, beziehungsweise erst mal Prinz Max von Baden. Aber hier gibt es einen wesentlichen Unterschied zu Szenario Nummer 1. Prinz Max von Baden ist ein Gegner der Demokratie. Er tut von Tag 1 an alles dagegen, dass die parlamentarische Monarchie beseitigt wird und dass es wieder eine echte Monarchie gibt, in der der Kaiser zu altem Ruhm, zu alter Kraft zurückfindet. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. Auch die Zusammenarbeit mit radikalen Kräften, wie der Nazi-Partei NSDAP. Prinz Max von Baden arbeitet eng mit der NSDAP zusammen. Und schließlich, kurz bevor Wilhelm III. volljährig wird 1930, ernennt er Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die Nazis freut das natürlich. Und innerhalb kürzester Zeit stellen sie Wilhelm III., Prinz Max von Baden und alle anderen Adligen, die noch etwas zu sagen haben, aufs Abstellgleis. Sie beseitigen die Demokratie in Deutschland und machen aus Deutschland eine Diktatur, eine totalitäre Diktatur. Und nicht nur das, sie sorgen für einen Weltenbrand. Sie lösen den Zweiten Weltkrieg aus. Millionen, Abermillionen Menschen sterben sogar noch mehr als in der Realität, weil den Nazis etwas mehr Zeit bleibt. Das Ergebnis ist aber das Gleiche. Deutschland wird zu einer Ruine. Allerdings passiert jetzt etwas Entscheidendes. Deutschland ist letztendlich trotzdem eine parlamentarische Monarchie. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ins Grundgesetz schreiben die Mütter und Väter rein, Deutschland hat nach wie vor einen Kaiser. Warum? 1940, nachdem Wilhelm III. stirbt und die Macht zumindest symbolisch abgibt an seinen Bruder Louis Ferdinand, sagt Louis Ferdinand nach kurzer Zeit, so kann es nicht weitergehen. Ich kann mich nicht identifizieren mit dem, was in Deutschland passiert. Und er reist ins Exil nach Großbritannien. Dort gibt es eben diese Familienbeziehungen, über die ich vorhin gesprochen habe. Und in Großbritannien knüpft er gute Verbindungen zu allen Alliierten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als es dann darum geht, was kommt ins Grundgesetz, setzt sich Louis Ferdinand durch, dass Deutschland eine parlamentarische Monarchie bleibt. Mit ihm als Kaiser. Bis 1994. In diesem Jahr stirbt er und gibt die Macht an seinen Sohn Georg Friedrich Prinz von Preußen ab. Der ist Kaiser von Deutschland. Also der gleiche Ausgang wie in Szenario Nummer 1, nur mit vielen, vielen, vielen Toten. Und am Kaisertum klebt Blut. Und das sagt man in diesem Szenario in Deutschland. Der Kaiser steht viel mehr in der Kritik, wird immer wieder aufgefordert abzudanken. Die parlamentarische Monarchie soll abgeschafft werden, weil man eben sagt, es gibt da diese Nazi-Vergangenheit in der Kaiserfamilie, die wollen wir nicht mehr haben. Tja, das sind also zwei mögliche Szenarien, wobei ich zugeben muss, diese Szenarien basieren auf jeder Menge Annahmen. Es hätte auch ganz anders kommen können. Und natürlich spielen dann noch viele andere Dinge eine Rolle. Manches ist stark vereinfacht. Aber trotzdem hätte es realistischerweise so oder so kommen können. Vielleicht habt ihr aber auch ganz andere Szenarien und sagt, nein, nein, das ist so oder so gewesen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und was mich auch mal interessieren würde, gehört ihr zu den ungefähr 30 Prozent aller Deutschen, die sagen, wir brauchen wieder einen Kaiser, wir wollen den Kaiser zurück. Warum? Warum nicht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Mehr Infos wie immer in der Infobox. Und hier neben mir findet ihr noch zwei weitere Videos, die sich um andere Themen drehen, ähnliche Themen. Zum Beispiel um die Frage, was wäre, wenn Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen hätte. Das ist hier das Video und direkt darunter ein Video über den Untergang des Deutschen Kaiserreichs. Den gab es ja in der Realität. Mehr Geschichte auch bei Instagram ist da wissnogogeschichte auch unten in der Infobox verlinkt. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.